Und ich habe gesprochen mit tieferen Stimmen als ich, das ist Harry Flint, der ist auch eine Basekunde und der ist letterweise bei uns heute Abend und will trauen, dass Sie so mehr mit uns machen, dürfen Sie vorstellen, Harry Flint. Ich kann Radio-Nazia ein bisschen auf sich warten lassen, dass wir heute zusammenkommen. Hat das Betriebliche, hat das Sportliche oder hat das andere Gründe? Andere Gründe. Ich wollte ja von mir aus euch und uns alle bitten, den Joe Gibbs herzlich aus Toronto, Kanada, hier in unserem Team bei der DEG zu begrüßen. Herzlich Willkommen. Ich habe die Frage nicht unprovokant gestellt, denn ich habe gelesen, Mensch, André Rieu kommt ja auch demnächst oder war kürzlich da. Passt das immer noch zusammen, so eine Multifunctional Arena hier zu haben? Rieu meets DEG. Ist das nicht ein Spannungsbogen? Also das findet zum Glück an zwei verschiedenen Tagen statt. Ich verstehe nicht. Das ist schwierig gelernt, das hätte mir geholfen, oder? Ja, das ist kein Nonschmelding, das hören Sie nicht aus. Ich komme halt so aus Schweden. Aus welcher Ecke von Schweden? Ich bin in Nonschmelding. Das linke Eisdrittel, muss man ja sagen, wo der Sturm rein will, darf erst benutzt werden, wenn der Punkt nach oder noch mal vor dem Spieler da ist, damit es jeder besorgt. Vor dem Spieler. Vor dem Spieler muss der Punkt drin sein. Also er ist hier unser Pate für Regelkunde, ja? Wer von euch zum Business machen da ist und ich wusste, wie das hier weitergeht, der spricht hier unseren Kumpel mal an, denn dafür sind wir ja auch da. Wir wollen das Netzwerk. Jetzt heißt es Networking und das schöne Wipp-Essen genießen hier bei den MetroStars, denn das ist exquisit. Wir sind hier bei DEG gegen den Haien unterwegs und wir haben gerade eine 1-0-Führung gesehen. Wie geht's aus? Ja, die DEG war jetzt besser. Im 1-0-Führung ganz klar. Ich denke, die haben dieses Jahr einen ganz guten Lauf, haben sich jetzt gefangen. Jeff hat die Jungs gut im Griff und ich glaube, Köln wird es sehr schwer haben hier. Aber wir haben jetzt ein paar neue Leute wieder in der Line-Up und die Spiele haben wir sowieso reingesetzt. Also ich glaube, das geht in Overtime und im Shootout gewinnt die Däge. Overtime-Shootout. Mein Tipp war ja 6-1. Ihr merkt, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber ich rede gern drüber. Danke, Uwe Krupp. Ich finde, der ist groß, oder? Deswegen sage ich Tschüss, damit ihr mich endlich auch mal klein erlebt. Und wir machen hier zum Hissen der Fahne von uns für euch einen herzlichen Willkommen, ein DEG-Eigenwächst, unsere mehrmalige Deutsche Meisterin Tanja Tschevchenko. Und die Transmission aus dem Jahr ist unser Meisterin Tanja Tschevchenko. Bitte schön. Vielen Dank, meine Damen und Herren, sehr herzlichen Dank an den Hade von uns, an der Autoschneidwerke und natürlich auch an der Chefchenko. Danke, Herr Tschevchenko. Vielen Dank, meine Damen und Herren.